es ist montag aber ich habe schon urlaub deswegen kann ich heute gemütlich um fastmittag den 19er suchen und was sieht er dort naja papa bär hat es nicht glaubt er hat aus dem fenster geschaut nein ins mäuselöchchen ihr werdet es nicht glauben sagt papa polarbär hier haben sich ein paar kleine mäuslein sehr gemütlich eingerichtet wir kommen der sache näher und es gibt wieder mal kleine schokoladenstücke